Der alte Bundesrat des Vorglers steht eben nur auf Apazelle in die Poste. Er kommt da zu einem Bubli hin. Sagt der Bubli. Sagt er zum Bubli. Du Bubli, kannst du mir sagen, wo der Käse sauter ist? Sagt der Bubli. Ja, musst du jetzt da vorne laufen. Nach einem Topgast links. Dann bei der Kölke rechts rein. Sagt der Bundesrat des Vorglers. Sagt der Bubli, siehst du allen Leute an? Weisst du, ich bin der Bundesrat des Vorglers. Da sagt er, selbst spielt keinen Rügel. Kannst du gar nichts sagen, wenn du bist, dann kannst du Käse rüber.